Was geht ab Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Marktausblick. Ja, wir blicken wie immer oder wie jeden Samstag auf die aktuellen Marktverhältnisse bzw. was in der kommenden Woche so ansteht auf den DXY, auf die traditionellen Märkte, natürlich auch auf Gold und auf momentan so ein bisschen mein Lieblings-Trade-Ding, den DAX. Das wird auch noch sehr, sehr interessant werden. Ja, wir gucken mal, was nächste Woche so ansteht. Diese Woche war ja eigentlich relativ ruhig gewesen. Es gab keine wirklich sonderlichen News. Nächste Woche stehen dann doch Donnerstag und Freitag doch wieder ein paar Daten an. Das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video anschauen. Doch bevor wir starten, wie immer, ihr wisst ja Bescheid, gerne dem Video ein Like da lassen, kommentiert unten irgendwas rein, damit der Album ein bisschen gepusht wird und natürlich gerne, wenn ihr Bock habt, in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinkommt. Dort kriegt ihr die aktuellsten Updates und natürlich auch, wenn wieder was ansteht, Trade-Signale. Die Woche war eins, das wurde jetzt nicht ganz abgeholt, aber gut, nächste Woche hoffentlich wird es ein bisschen besser. Also kommt da gerne rein und damit würde ich sagen, herzlich willkommen nochmal an alle. Wir starten direkt durch mit dem DXY, der die Woche sich auch etwas stabilisieren konnte. Wir haben ja hier drüber gesprochen. Wir haben uns jetzt erstmal die Ineffizienz hier unten in diesem Bereich geholt. Die zeichne ich euch hier erst nochmal ein mit dieser 1-Stunden-Demand-Zone oder 4-Stunden-Demand-Zone. Wir gehen aber mal ganz kurz auf den Daily-Time-Frame. Schauen uns das an. Und grundsätzlich Dollar nicht wirklich stark. Klar, wir haben hier oben dieses höhere Hoch mini, mini, minimal wirklich geschafft. Ist jetzt aber auch nicht wirklich Trendwende begeisternd. Das heißt, auch hier sind wir jetzt momentan so ein bisschen in dieser kleinen Seitwärtsbewegung, die wir an den traditionellen Märkten natürlich auch ein bisschen sehen. Natürlich, wer sich Bitcoin-Chart heute früh ein bisschen angeguckt hat im Video, auch dort riesige Seitwärtsbewegung. Nicht wirklich viel Impulsivität, was wir drin hatten. Wir hatten natürlich auch keine wirklichen News. Bankenkrise ist wieder so ein bisschen, sag ich mal, verflogen. Währenddessen habe ich ja gestern noch abends das Video mit China, Indien etc. und so neue Weltreservewährungen und sowas hochgeladen. Also es steht schon einiges an. Ich frage mich, ob das für den Dollar wirklich noch so phänomenal weiterlaufen wird. Jetzt momentan besteht zumindest die Chance, dass wir uns jetzt hier unten erstmal ein bisschen stabilisieren. Es gibt keine neuen, sag ich mal, bearischen News, was Bankenrettung und sowas anbelangt erst einmal. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass wir uns jetzt erstmal hier in dieser Ranch hier unten ein erstes Mal halten und vielleicht sogar nächste Woche nochmal in Richtung 104 bis 105 US-Dollar vorstoßen. Würde natürlich, wenn wir später uns Krypto nochmal ein bisschen genauer angucken, dort etwas bearischer aussehen. Jetzt gehen wir aber direkt weiter, weil die XY macht momentan wenig Sinn. Gibt nicht wirklich viel. Wir schauen uns den S&P 500 an. Hier deutlich, deutlich besser. Hier haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Hier unten diese Demandzone wurde perfekt gehittet, schon vor knapp zwei Wochen oder genau vor zwei Wochen. Daraufhin schöner, impulsiver Move und diese Woche dann das schöne Breakout aus diesem, ich sage jetzt mal, Falling Wedge, was wir hier gebildet haben. Wir haben schöne, impulsive Kerze auch hier jetzt nochmal zum Freitag hin gesehen, genau in unserer Zone, wo wir auch drüber gesprochen haben, wo ich die ersten Widerstände erwarte. Das heißt, wir haben nach unten hin natürlich jetzt auch ein paar CME-Gaps gebildet, die meines Erachtens nach noch gefüllt werden sollten nächste Woche. Das würde dann wiederum, wenn wir uns jetzt gerade ein bisschen Dollar angeguckt haben, dazu führen Dollar ein bisschen stärker vielleicht zu Wochenbeginn und die Märkte dann möglicherweise nochmal ein bisschen Abverkauf sehen. Das wäre dann eher so ein bisschen der Weg, wenn ich das jetzt mal von letzter Woche weg mache und das ein bisschen bildlich darstelle, dass wir hier einfach nochmal runterkommen. Diese Gaps füllen möglicherweise sogar bis runter auf die 3.978 US-Dollar und dann den nächsten Schub nach oben hinbekommen, um dann dieses Preistil von diesem Falling Wedge nach oben hin bei ungefähr 4.200 Punkten abzuarbeiten. Die Kerze natürlich ultra bullish, schöner grüner Docht nach oben, auch wenn, sage ich mal, die Märkte an sich durch die positive PCI-Rate, die wir jetzt natürlich auch hatten, das heißt die Kerninflationsrate und sowas, ist ja jetzt auch ein bisschen nach unten hingegangen, spricht eigentlich grundsätzlich für weiter steigende Kurse. Trotzdem sehen wir das ein bisschen weitläufiger, würde ich erstmal sagen, okay, wir gehen nochmal zumindest hier runter in diese grüne Box. Wie gesagt, die 3.980, 3.970 Punkte Marke, um die zu testen und dann weiter nach oben hin. Ich würde aber momentan, das ist mir jetzt auch ein bisschen aufgefallen, die letzten Wochen so vor allem die US-Märkte zu traden, tue ich mir persönlich auch sehr, sehr schwer. Es gibt nicht so diese richtig geilen Trade-Möglichkeiten hier momentan. Wir werden es dann später beim DAX sehen, wo das deutlich genauer ist. Gefällt mir momentan eher weniger, das heißt, wir können auch, sollten keine wirklichen neuen News dazukommen, weiterhin bullisch nach oben ausbrechen, gleich Richtung 4.200 Punkte Marke. Dann hätten wir auch einen schönen, sag ich mal, wieder diese Range hier oben gebildet. Und wenn wir jetzt das Thema Range ansprechen, ich habe es gerade beim DXY erwähnt, auch hier befinden wir uns eigentlich schon seit einer längeren Phase in einer übergeordneten Seitwärtsphase. Also ihr seht, immer wieder hoch und runter, keine wirklichen Impulse nach oben, viel abwarten, was sich so in der Welt momentan tut. Gut, das heißt hier, wie gesagt, Long-Möglichkeit wäre hier unten, sollten wir nach oben hin ausbrechen, wäre das hier oben aber keine Short-Möglichkeit, nur um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Gehen wir rüber zum NDX. Hier haben wir perfekt unseren Weg erstmal, sag ich mal, weiterhin geebnet. Wir sind in dieses grüne Key-Level reingekommen, auch wieder schön impulsiv. Natürlich, wenn der S&P 500 auch so steigt, steigt natürlich der NASDAQ meistens auch mit dazu. Und vor allem dadurch, dass jetzt die, sag ich mal, die PCI-Daten jetzt auch nicht mehr so schlecht waren, was wir da jetzt gestern gesehen haben und sowas, kann das auch wiederum gut für die ganzen Tech-Werte sein. Das haben wir uns die letzten Wochen immer mal wieder angeguckt, auch wer auf dem Zweitkanal unterwegs ist, die Aktienanalysen, kommen morgen übrigens wieder welche, sehen wir schon, dass vor allem das billige Geld in der Vergangenheit die Tech-Werte angetrieben hat. Und das gleiche spielt natürlich da noch bei Nastic. Und wenn die Hoffnung hier weiter überwiegt, dass, sag ich mal, wieder flüssiges oder billiges Geld in den Markt gespült wird, dann wird der NASDAQ natürlich hier auch deutlich, deutlich profitieren. Wichtig wird es jetzt aber sein, meines Erachtens nach, den Weg lasse ich jetzt erstmal so. Dieses Key-Level, beziehungsweise diese Ineffizienz oder CME-Gap wurde jetzt erstmal fast gefüllt. Wir haben noch ein bisschen Luft nach oben bis 13.246 Punkte. Dann nochmal ein Rücksetzer, um dieses Hochheil gegebenenfalls nochmal zu bestätigen und dann impulsiv nach oben hin auszubrechen. Die nächsten Level liegen dann hier bei den 13.730 US-Dollar, äh, 13.730 Punkten. Oder dann hier oben die nächste Welle bei 14.290 Punkten. Die zeichne ich euch nochmal ganz kurz ein, damit wir die auch schön drin haben für die nächsten Wochen. Das wären so die nächsten Widerstände, die ich mir jetzt vorstellen könnte. Wichtig wäre aber auch hier, gleiches Spiel, wie wir gerade beim S&P 500 hatten, diesen Rücksetzer nochmal, wo wir beim S&P 500 die kleine Demandzone hatten oder das Falling Wedge, je nachdem wie man es beschreiben möchte. Rücksetzer, Bestätigung und dann den nächsten, weil die nächste ist Leg Up nach oben hin. Wenn wir das jetzt auch so ein bisschen nach einem Hybrid-System machen, hätten wir sagen können, okay, erste Welle, zweite Welle, jetzt nochmal dieser Rücksetzer und dann der dritte, entweder hier Richtung 13.730 oder sogar 14.200 Punkte Marke. Ziehen wir doch mal das FIP-Level dazu, schauen uns das auch nochmal ganz kurz an, ob wir hier Gegebenheiten sehen, das seht ihr auch. Okay, hier oben, 1.618er, 13.630 Punkte, passt sehr, sehr gut mit dem Level, wo wir eben hier oben gerade angesprochen haben. Also ihr seht, da kommt ein bisschen Confluence mit rein momentan. Rücksetzer wäre ultra bullish meines Erachtens nach, um dann nochmal das nächste oder das letzte vorläufige Leg Up nach oben hin mitzunehmen. Gut, dann geht es rüber zum Dow Jones. Wie sieht es hier momentan aus? 33.300 Punkte Marke, auch hier schönes impulsives Breakout. Wir haben den Widerstand hier erst nochmal rausgenommen, haben auch schön die letzten drei Tage schön nach oben hingepusht. Kommen jetzt hier erst einmal in den Daily-Widerstandsbereich an. Dort auch erst einmal gestoppt. Volumen ist jetzt auch nicht wirklich bullish. Also auch hier spricht erst einmal zumindest zum Montag hin. Vieles dafür, dass wir nochmal einen Rücksetzer sehen. Gleiches Spiel, Nasdaq, S&P 500. Rücksetzer, False Move Monday möglicherweise und dann das nächste Leg Up nach oben, bevor wir hier wieder in Richtung 34.600 Punkte Marke hier oben vorstoßen. Dann haben wir wieder oder sind wieder in unsere alte Range reingekommen. Die neue Range ging ja schon auch hier relativ groß. Also es ist nichts wirklich bearisches momentan. Wer die Marktausblicke schon länger verfolgt, sieht auch hier diese Downtrend-Linie vom All-Time-High hier oben. Oder eher vom All-Time-High. Mehrmals getestet. Auch hier wieder kein Daily Close drunter. Wunschszenario wäre natürlich gewesen, das Golden Pocket zu testen. Wären wir zwar drunter gefallen, aber wäre momentan mein Wunschszenario gewesen. Um hier aber wirklich wieder bullisch reinzukommen, muss dieses Hoch eben bei den 13.600 Punkten rausgenommen werden. Deswegen jetzt der Rücksetzer, neuer impulsiver Move, hoch rausnehmen, bestätigen und dann wieder an das obere Ende dieser Range zwischen 34.640 und Maximum 34.000 oder knapp 35.000 Punkte Marke. Hier oben haben wir nämlich auch noch einen schönen Wig zu füllen. Der wäre sehr verlockend meines Erachtens nach. Also ihr seht, traditionelle Märkte bin ich momentan echt bullisch eingestimmt, was die nächsten Wochen auf jeden Fall anbelangt. Außer es kommen natürlich jetzt noch irgendwelche News dazu. Und da kommen wir jetzt nämlich auch gleich dazu, zu den News, die am Donnerstag und Freitag anstehen. Also Montag, Dienstag, Mittwoch habe ich nichts wirklich Spannendes gefunden. Donnerstag wie immer Folgeanträge, Arbeitslosenhilfe, Erstanträge, die sich momentan in die richtige Richtung für uns entwickeln. Das ist das, was die FED sehen will. Mehr Arbeitslose, ich weiß, man muss sich das immer ein bisschen Kopf zergehen lassen, mehr Arbeitslose gut für uns, weniger Arbeitslose schlecht für uns. Absolut krankes Bild. Erklärt es draußen niemanden auf der Straße, der wird dich für verrückt halten. Aber so funktioniert eben, ich sage jetzt mal, der Markt. So, dann haben wir natürlich Freitag absolut viele Feiertage. Europa, natürlich auch USA Feiertag. Trotzdem, muss man dazu sagen, kommen wichtige News am Freitag. Es ist zwar Karfreitag, aber trotzdem, News-Lage ist da. Wir haben die durchschnittlichen Stundenlöhne. Wird interessant zu sehen sein, wie sich diese entwickeln. Die Prognose liegt bei, warte, können wir uns auch mal ganz kurz angucken, wenn wir das jetzt gerade mal aufmachen. Prognose liegt bei 0,3%. Sollten diese getroffen werden, ist es auf jeden Fall gut. Dann kommt natürlich auch die Arbeitslosenrate, kommt auch dazu. Also Arbeitslosenquote, 3,6% ist prognostiziert. Sollte das so treffen, ist es gut. Sollte es höher sein, ist es noch besser für uns. Ich weiß, krank, wieder überlegen. Und dann kommt auch noch die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft. Auch hier, kurzer Blick, Prognose liegt bei 238.000. Auch hier sollte es weniger sein. Gut für uns, gut für die Märkte, auch wenn die Märkte geschlossen haben. Trotzdem ist es gut. In der darauffolgenden Woche für die Märkte, das ist das, was die Fett sehen will. Mehr Arbeitslose, weniger Stellen. Es ist krank. Wir leben in einer wirklich kranken Welt. Es ist einfach so, aber für uns ist es dann gut. Und das würde dann, um hier wieder einen Rebound zu kriegen, wirklich bullisch dann die nächsten Wochen für die Märkte werden. Weil wir dann davon ausgehen können, okay, die Fett wird die Zinssätze nicht wirklich erhöhen. Wir können mal ganz kurz, ich habe es jetzt lange nicht mehr aktualisiert, aber wenn wir jetzt schon dabei sind, können wir mal ganz kurz gucken, was so prognostiziert sind für die nächste Fettsitzung. Man geht davon aus, dass 51% gehen davon aus, dass es bleibt, die anderen 50%, also knapp unter 50% gehen nochmal von 0,25% Erhöhung aus. Also ziemlich ausgeglichen. Ich denke, die Daten, die dann am Freitag kommen oder Donnerstag und Freitag kommen, werden da deutlich, deutlich mehr Aufschluss drüber geben. Und diese Rate oder diese Prozentangaben könnten sich dann nochmal sehr, sehr hart korrigieren. Auch wiederum besser in unsere Richtung. So, dann gehen wir rüber zu Gold. Gold weiterhin in einem Abtrend. Wir haben hier die Hochs nochmal angetestet. Und ganz ehrlich, wir sind zwar hier in einem echt wichtigen Key-Level-Bereich, den wir jetzt schon mehrfach angetestet haben. Die 2000-Dollar-Marke wurden mehrmals rejected. Wir befinden uns aber immer noch im bullischen Terrain. Und das ist das, warum ich weiterhin eher auf dem bullischen Ast für Gold bin. Natürlich können wir jetzt sagen, okay, die Märkte steigen, Arbeitslosen und sowas sinkt, was wiederum für die Fed und sowas gut wäre, die senken die Zinsen. So, wenn wir das ganze Spiel jetzt aber ein bisschen längerfristiger wiederum spinnen, können wir natürlich auch sagen, es wird ja mehr Geld in den Markt gepumpt. Klar, Gold ist immer so ein bisschen No, also Risk of Asset, aber trotzdem, ganz ehrlich, ich bin längerfristig bullisch auf Gold. Wird jetzt interessant zu sehen sein, wie wir uns jetzt hier nächste Woche verhalten. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das alles parallel weiterhin nach oben steigt. Wir haben es, wie gesagt, gestern im Video habe ich es angesprochen, China kauft Gold wie blöde, USA kaufen, jeder kauft Gold wie blöde. Auch Privatleute werden immer, immer weiter mehr Gold akkumulieren. Trotzdem sollten die Märkte doch anders verlaufen, also nach oben hin ist ein Rücksetzer hier nicht ausgeschlossen. Zumindest, dass wir hier mal in diesen Bereich hier runtergehen. 1.914 Dollar bis 1.900 Dollar. Wir ziehen mal ganz kurz das FIP dazu. Ob wir da Confluent sehen, würde sehr, sehr gut passen mit dem 0,5er. Golden Pocket, 1.885 sind aber nicht ausgeschlossen. Ich habe es aber auch gestern dazu gesagt, für jeden Bitcoin, den ich mir jetzt kaufe, werde ich auch Gold immer ein bisschen dazukaufen. So, dann gehen wir rüber zum DAX. Also Gold müssen wir uns jetzt nicht weiter angucken. Weiterhin bullische Konsolidierung, Breakout, werden wir dann sehen, wo es hinführt. So, dann rüber zum DAX. DAX, momentan muss ich echt sagen, mein Favorite Asset. Auch hier läuft jetzt momentan der Short. Wir haben die Ineffizienz hier oben rausgenommen, höheres Hoch, minimal drüber geschlossen, ist mir aber noch nicht wirklich genügend. Wir haben nach unten hin eine Menge, Menge, sage ich mal, Ineffizienzen noch zu füllen, beziehungsweise auch viele CME Gaps. Das heißt, deswegen jetzt erst einmal der Short grundsätzlich bis hier runter, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. 15.300 Punkte Marke, um dann den Long zu hedgen. Ich muss dazu aber sagen, ich habe parallel noch einen Long offen. Der wurde hier unten bei den 14.800 US-Dollar getriggert. Das heißt, ich bin momentan in zwei Positionen drin. Ich würde euch jetzt, ganz ehrlich, wenn ihr nur eine Position, wenn ihr nur den Long offen habt, würde ich euch jetzt aufgrund der ganzen Marktsituation weniger empfehlen, Short zu machen. Für mich persönlich war es jetzt einfach der Step. Ich habe eine kleinere Short offen, eine größere Long. Deswegen hier das Risiko wirklich mini, minimal sollten wir nach unten hingehen. Nämlich die Profite erhöhe dann hier unten wieder die Long bei den 15.300 Punkten. Weil ich einfach momentan deutlich, deutlich bullischer eingestellt bin, was zumindest auch den DAX anbelangt. Aber dieser Rücksetzer in dieses Key Level, beziehungsweise in diesen Widerstandsbereich hier oben, wäre gut, wenn wir auch einen Rücksetzer kriegen. Ihr seht, die Parallelen sind überall ein bisschen gleich. S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, gleiches Spiel hier beim DAX, Rücksetzer. Und dann von mir aus ist es schon das All-Time-High. Nee, aber so Richtung 16.200 Punkte kann ich mir in der jetzigen Marktlage bei Bullish News sehr, sehr gut vorstellen. Gut, das auch zum DAX. Also auch hier Rücksetzer erwartet, Trend testen und dann wieder nach oben hin. Dann kommen wir zum Schluss zu Bitcoin. Bitcoin weiterhin auf sehr, sehr hohem Niveau. Diese Seitwärtsrange, wir gehen jetzt hier nicht zu lange ein. Ich habe es heute früh im Video schon gesagt. Weiterhin Akkumulationsphase, riesige Seitwärtsphase. Der Rücksetzer wäre Bullish meines Erachtens nach weiterhin in Richtung 25.200 US-Dollar zwischen 24 und 25k, um das mal ein bisschen einzugrenzen. Das ist die Range für potenzielle Longs, um dann weiterhin den Hebel nach oben hin zu drücken und dann die, ich sage es, mindestens mal 32k rauszunehmen und dann weiterhin zu steigen. Ihr wisst, das übergeordnete Ziel liegt weiterhin hier oben bei den knapp 40k, dann der Rücksetzer, 30% Korrektur Richtung 30k, um diesen Bereich, den wir jetzt die ganze Zeit als Widerstand haben, als Support zu testen. Und dann gib ihm Moon und dann können wir über Bullrun reden. Vorher, wie gesagt, ich kann es nicht oft genug sagen, bin ich immer noch ein bisschen vorsichtig, was die ganze Sache anbelangt. Gut, dann war es das schon wieder für den Wochenausblick, ihr seht, grundsätzlich eher ein bisschen weiterhin Bullish eingestellt. Marktlage Donnerstag auf jeden Fall im Blick behalten, Börse hat zu, trotzdem wichtige, wichtige News, auf die wir achten sollten. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, Like da lassen, Abo da lassen, das war es von mir. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, unterstützt mich gerne mit einem Like, Abo und Kommentar. Das war es von mir, Telegram-Gruppe checken, schönes Wochenende. Ciao, ciao und wie immer, stay crypto.